Ich stehe mitten in Mitte und wir besuchen jetzt die Space Fox in Ihrem Büro und werden Sie mal fragen, warum Sie eigentlich Videos jetzt zur Wahl gemacht haben und wie Sie denken, wie die Community politisch eingestellt ist im Internet. Make Berlin Great Again heißt ja die ganze Web-Serie, die ihr produziert habt. Meine Idee, gut ne? Sehr gute Idee. Wie kommt es so, dass ihr diese Web-Videoserie überhaupt produziert habt? Das RBW ist auf uns zugekommen. Beziehungsweise der Jan M. Schäfer, der Leiter. Red mir doch nicht in meine Sätze! Naja, das ist schon wichtig, der hat uns angefragt, nicht das RBW, weil das RBW hat ja Schäfer angefragt und der hat uns angefragt, zusammen mit der Electronic Mediasko. Wie ist denn euer Gefühl überhaupt? Ich meine, ihr habt ja ein junges Publikum. Interessieren sich junge Leute überhaupt für Parteien? Also vielleicht nicht für jede Partei, aber schon Politik ist schon wichtig. Also besonders bei unseren Zuschauern schon eher als bei einem Simon-Dessel-Zuschauer. Würde ihr sagen, seid ihr die politischen YouTuber in Deutschland? Wir versuchen eigentlich, politische Themen mehr zu vermeiden bei uns, weil wir jetzt nicht so krass Leute beeinflussen wollen. Vermeiden klingt komisch. Ja, also nicht vermeiden, aber da liegt jetzt nicht unser Fokus drauf. Und manchmal will man auch seine Reichweite nutzen, um die Jugend zu manipulieren oder aufzuklären. Aber im Endeffekt machen wir ja sinnlose Unterhaltung. Du sagst gerade Reichweite, das ist ja das Stichwort eigentlich. Wie sehr seht ihr euch als Vorbildfunktion, weil ihr diese Reichweite habt? Das ist halt immer die Frage, wie sehr man die Leute einen als Vorbild nehmen. Ich glaube, da gibt es andere YouTuber, die mehr als Vorbild genommen werden, von wegen ich möchte so sein wie der. Aber trotzdem beeinflusst man ja die Leute in ihren Ansichten, in ihrer Weltanschauung. Man antet schon darauf, was man sagt und welche Weltanschauung man vermitteln möchte. Und wie seht ihr allgemein die Qualität des Journalismus bei YouTube? Gibt es sowas? Oder ist es eigentlich tatsächlich, dass jeder einfach raushaut, was er gerne sagen will? Es gibt ziemlich wenige, die, glaube ich, richtig journalistisch arbeiten. Die meisten versuchen ja nicht journalistisch zu arbeiten. Du kannst jetzt niemanden ankacken, von wegen er ist nicht journalistisch. Ja, natürlich nicht. Will ich auch nicht. Die meisten wollen einfach nur kommentieren und ihren Senf dazugeben. Und wenn du halt richtig großen Journalismus machen willst, brauchst du ja auch Mittel dafür. Das kriegst du ja alleine ja kaum hin. Und YouTube kriegst du halt die Klicks mit Beauty und Comedy und nicht unbedingt mit Journalismus. Deswegen haben wir auch die Kooperation mit der Electronic Media School gehabt, weil die ja recherchiert haben, in dem Umfang, in dem wir das zeitlich auch gar nicht hätten machen können zu zweit oder so. Und wir auch gar nicht die Ressourcen haben. Ihr redet gerade darüber, über so eure Kapazität. Wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei euch aus? Oder gibt es einen normalen Arbeitstag? Nein. Nö, das wechselt. Wir wissen halt, okay, wir machen zwei Radios die Woche. Und dann wissen wir, okay, wir sollten Montag eins drehen, dass es Dienstag kommen kann. Und dann sollten wir dann Mitte der Woche auch nochmal eins drehen. Aber wann genau das jetzt passiert, ist zum Beispiel nicht so wichtig. Und Ideen für Videos kommen auch immer mal. Die kommen entweder hier im Büro oder auch zu Hause. Und dann schreibt man sich ein paar Sachen auf. Oder auch mal gar nicht. Wenn wir ja gesagt haben, es geht gar nicht heute. Es funktioniert einfach nicht. Und es würde nur Scheiße dabei rauskommen. Dann haben wir gesagt, okay, hör auf und geh nach Hause. Gibt es irgendwas, was euch gerade an YouTube oder anderen YouTubern oder an der Arbeit mit YouTube nervt? Was nervt, ist halt, dass so viele billige Scheiße so populär ist und sich niemand dafür interessiert, was da eigentlich abgeht. Wenn ihr das mit Mimi mitbekommen habt. Er macht sehr hochwertige Videos, wo er halt aufklärt, wie YouTuber ihre Zuschauer anlügen. Und der recherchiert auch. Also er recherchiert halt wirklich gut, kommt dann mit guten Beweisen. Er zeigt halt auch, wie andere YouTuber ihre Fans anlügen. Richtig ins Gesicht. Und zwei von denen wollte er halt zur Rede stellen. Und die haben daraufhin ihn dann halt bedroht und ihnen die Karte, die Speicherkarte weggenommen und zerstört. Und der hat halt ein Video darüber gemacht, wo er halt auch zeigt, oder hat dann auch da Beweise, weil es halt andere Zuschauer dann zufälligerweise mitgefilmt haben, weil sein Material natürlich kaputt war. Und der Typ ist immer noch erfolgreich. So, der hat, wenn man auf einem Video hat, 30.000 Dislikes, bei 120.000 Likes ist das jetzt nicht so schlimm. Da wird mal was aufgeklärt, dass Leute wirklich jemanden bedrohen und so. Oh, das interessiert keine Sau. Das kotzt halt irgendwie schon an, dass da halt so Leute keine Konsequenzen haben, dass es die Zuschauer nicht interessiert. Ich meine, wir müssen jetzt nicht auf Moralapostel machen, dass nicht jeder YouTuber perfekt ist und vielleicht mal eine Sache ein bisschen gefakt ist, ist eine Sache. Aber Leute bedrohen und einfach damit weitermachen, ist ja auch total unterschiedlich, was du auf YouTube hast. Also ich hasse es auch, wenn man YouTuber in einen Topf reinschmeißt. Weil es ist eine Plattform. So als würdest du sagen, jeder Berliner ist gleich. Also war das, als ihr die Ausbildung gemacht habt, schon der Plan dann auch damit, das anzuwenden in YouTube? Das war nicht unbedingt der Plan. Der Erfolg auf YouTube war nicht so groß, da hat sich noch gar nichts abgezeichnet, dass du auch darüber, wie Hochäume finanzieren kannst. Und andere Leute finanzieren ja noch viel mehr darüber. Ich will nicht wissen, was Bibi alles finanzieren kann. Er hat neue Schaum, neue Schaum. Echt geil. Irgendwie, äh, Rosberry und äh, irgendwas anderes. Rostbeere. Wetschken. Das war auch mit einem schönen Clickbaiting-Titel von wegen, ich muss es euch endlich sagen, weil... Das war eins nice. Ich muss endlich damit rausrücken, ich kann es nicht länger... Neue Duschcreme, ja, neue Duschcreme. Am 18. September wird jetzt in Berlin gewählt. Geht ihr denn selber wählen? Ja. Natürlich. Warum? Weil es nur eine Querstraße weiter von uns ist. Weil ich es kann. Wählen wählen macht voll Sinn. Vor allem, ähm, nicht Protest wählen macht auch voll Sinn. Ja, das meine ich, es macht auch... Das heißt, wenn Leute aus Protest AfD wählen oder so. Das heißt, Protest wählen macht Sinn, wenn man dann auch wirklich eine Protestpartei wählt und nicht irgendwelche Kack-Nazis. Die AfD hat gemogelt auf YouTube. Ja. Also wirklich. Du kannst ja Werbung machen als Partei, auch Werbung schalten. Ähm, als YouTuber kann man aber in seinen Werbeeinstellungen ausschalten, dass politische Werbung gezeigt wird. Du kannst verschiedene Kategorien halt ausschalten. Genau. Zum Beispiel auch Sex, Alkohol und sowas kann man halt ausschalten. Die AfD hat aber durch einen kleinen Trick, indem sie sich in eine falsche Kategorie eingetragen hat, ähm, trotzdem überall Werbung gemacht auf YouTube. Und das ist meiner Meinung nach nicht legal.